Haube! Erhard! Nass! Loll! 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 Bayblade! Ich hab grad von nem Reiter verfolgt, nachladen! Ich hab hier nachladen grad, schlaus! Ja, geh doch! Robin, mach dich aufs Wall! Jetzt richtig aufs... Oh, ich hab das Fahrzeug ausge... Oh, ich hab ihn gefickt! Ich hab ihn gefickt! Ey, Robin! Was sagt eine Robbe zu einem Fisch? Doppelpunkt D! Ich kapier's nicht! Doppelpunkt D! Doppelpunkt D! Dankeschön! Doppelpunkt D! Hat eben nur gedacht! Robin? Hm? Du magst es, wenn man die dicke Kekse ins Maul stopft? Die Vorstellung... Es war ne ganze Prinzen-Runde-Packung! Voll in die Fresse! So in die Ziegerei... Am Arsch kommt dann wieder raus! Ey, darf ich was von Scheiße reden, ähm... Magst doch... Damit ihr... ... ... Hier gibt's eine Waffe, die heißt einfach Pieper! Pieper in der Pipe, oder? Und dann schreie ich! Schreie einfach wieder raus! Ein Schreie! Das Schriechengewehr! Scheiße! Ich mach die W-T-Gölle! immer diesen Scheiß-Kack-klappen für... sein Catch... ... специ Menge von selbst! Zwei gattete Fittau! Wieder Window-Technik! Gibt das alles! Walkary's so gut, Alter! Ich liebe Walkary! Au! Oh f**k! Oh f**k! Oh f**k! Didi didi didi! Ja guck mal, ich weiß, komm! Allahwakba! Ahhhh! Never mess with me! What the f**k? Ah! F**k! Selbe Puzzleteil! Halt, 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 halt! Uno Momento! Was? Seidenpuzzleteil? Uno Momento! F**k! F**k! Uno Momento! Uno Momento! Momento Uno! Jetzt hab ich den Adel! Kevin, ich f**k deine Mutter bis sie ein bisschen öfter! Was? Das ist ja geil! Heute spielen wir nochmal Amboss des Teufels! Weil's halt einfach geil ist! Wir sind auf eine lange Schlacht vorbereitet! Aus ganz Europa treffen mit Zügen, Truppen und Vorräte ein! Wir rücken langsam vor! Schwelle für Schwelle! Schiene um Schiene! Sie sind unsere Skalpelle! Die in das Herz Frankreichs stechen! Wir werden dieses Land aufschneiden und ausbluten lassen! Alter, what the f**k! Okay, heute hätt ich mal diese Waffe! Fünf Schuss! Ist ein bisschen mager! Könnt besser sein! Aber hoffentlich macht sie viel Schaden! Oh ja, die ist geil! Alter, die drückt richtig! Ich fäll' grad ein, wir haben doch ein neues Schwert bekommen! Hier, den Säbel! Kann man sich den noch mal ansehen? Nein, kann man nicht! Dann guck' ich ihn mir jetzt halt so an! Geil! Der passt ja überhaupt nicht ins Bild! Hey! Du hast auch den Säbel! Schwertkampf! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Aaaaaaah! Hä? Was ist jetzt geschehen? Hallo?! Alter f**k! sind die Server gerade abgeschmiert. LOL. Cool, danke EA. Nicht im Ernst, oder? Oh, Junge. Was? Ja, fuck, das war's dann für heute. Alter, das gibt's doch nett, oder? Aaaaaah.